Österreichs Banken mit Handschlagqualität. Die regionalen Volksbanken. Heute möchte ich über das Thema Fremdwährungskredite in Österreich sprechen. Über die Chancen und Risken dieses Finanzinstrumentes. Während in den ersten zehn Jahren sich das Instrument als durchwegs sinnvoll dargestellt hat, hat sich in den letzten fünf Jahren die Lage grundsätzlich verändert. Die Gefahren, die sich hier ergeben haben, waren vor allem Kurstubulenzen. Diese Kurstubulenzen haben beispielsweise beim Schweizer Franken dazu geführt, dass in den letzten beiden Jahren sich der Schweizer Frankenkurs beispielsweise zum Euro von etwa 150 bis zur Parität verändert haben. Das heißt, ein Fremdwährungskreditnehmer in den Schweizer Franken hat fast 50 Prozent verloren. Wir empfehlen, ein sogenanntes Stop-Loss-Limit knapp unter dieser Interventionsgrenze zu setzen, das wir im Übrigen kostenlos anbieten, um die Gefahr, dass der Kurs nicht gehalten werden kann, trotzdem für Sie abzusichern. Gleichzeitig möchte ich abschließend noch auf einen Punkt verweisen, wenn Sie ein Vorsorge- oder Finanzierungsprodukt oder auch ein Bausparprodukt bis 31.01. dieses Jahres bei uns und in den 13 Filialen abschließen, bekommen Sie eine Gratis-Vignette. Österreichs Banken mit Handschlagqualität. Die regionalen Volksbanken.